ARD Text im Auftrag von Funk Dann soll der versuchen, seinen Sammler abzurüllen. Das wird eh nix werden, Freunde. So, alles klar. Geil. Richtig gut, ja. Ich hab jetzt hier die Leviatoren und kann Sammler klauen. Das ist richtig gut. Weil die Sammler rumfahren, ja. Schaut mal. Und tschüss. Wenn ich sie nicht mehr brauche, dann zack. Genau so, ein Moment. Ich muss mal gerade ganz kurz auf die Uhr schauen. Ja, geht schon. So, ja, da ist die Mission doch anspruchsvoller als gedacht. Ganz ehrlich. Ich kann eigentlich mal, äh, jetzt mal gleich eine Werkstatt bauen, ne? Da kommt er wieder. Ey. Der versucht es immer wieder auf meine Raffinerie, ne? Egal. So, dann brauchen wir hier die Werkstatt hin. So. Ey, was machst du denn? So. Verdammt. Alles klar. So, und dann. Der Deviator. Ja, jetzt hab ich hier schon ein paar mehr Einheiten, Freunde. Ich hab's mir schon fast gedacht. Also, einfach nur eine halbe Stunde überleben, das ist scheiße. Gar nix. Oh, 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 oh. Da hat sich wieder ein Sammler verwandelt. Sehr schön. So, dann. So, dann. Ja. Dann schießt ihr ihn ab. Komm. Schießt ihn ab. Zack. Sehr schön. Sehr schön, Freunde. So, Werkstatt. Warum hab ich die Werkstatt nicht? Da muss ich, glaub ich, die Waffenfabrik für aufrüsten, ne? So. Das kann sein. So, Deviator. Hahaha. Sehr geil mit den Deviatoren. Sehr geil, Freunde. Ich lieb diese Einheiten einfach. Ah, nee, komm. Noch eine Minute. Ich hab doch gar nix. Hahaha. Ich krieg wieder Verstärkung. Geil. Geil, geil, Freunde. Ich glaub, das geht jetzt immer so weiter, ne? Dass ich jetzt hier weitere Verstärkungen krieg. So. Deviator. Die schießen's. Ah. Die treffen leider nicht immer. Das ist das Problem. So, jetzt hab ich die Wehranstatt. Ja, mhm. Wir hatten gewartet. So. Okay. Der ist, äh, ja, vom Gegner. Das heißt, den kann ich nutzen zum Scouten. Ach ja, Freunde. Ähm. Ich werd das nämlich so machen. Ich werd mir jetzt jeweils einen Deviator für die Sammlerfelder nehmen. Und die da einfach mal abstellen. Einen hier hin, einen da hin. So. Die anderen Deviator... Nein! Für Gottes Willen, was machst du denn? Reicht die Energie? Ja, die reicht. Sehr schön. So, neue Bauoptionen. Dann brauch ich jetzt noch ne... ...Heitsichtfabrik. Die noch genau so hier... ...die noch gerade so hier hinpasst. So. Dann klau ich mir jetzt nämlich immer wieder die Sammler von dem. Wird gebaut. Ja. Der kann hier ein bisschen Scouten fahren. So, Freunde. Das sieht doch gut aus. Wenn ich die jetzt gleich bauen kann, ne? Ich glaub, dann raste ich aus. Konstruktion bereit. Zu wenig Gehalte. So, ich hab jetzt erstmal... ...richtige Verstärkungstruppen. Pause. Wird gebaut. Richtig viel Verstärkungstruppen. Angefordert. Konstruktion bereit. So, hier ist noch einer. Ah, den kann ich mal reparieren. So. Noch vier Minuten. Wird gebaut. Wird repariert. Aha. Ah, da kommt ein Manneken. Okay. Ne. Dann, dann lass das. Dann fahr da drauf einfach. So. Juhu, ich glaub, das werde ich nämlich so machen. Mit den Deviatoren, dass ich die einfach... Ha! Klau ihn dir. So. Das ist nämlich der Panzer, den ich eben zum Scouten geschickt hab. Ah, ne Atreides-Basis ist hier aber nicht. Oder? So, dann fahr da mal drauf. Doch, da ist ne Atreides-Basis, ja. So, dann ist das meiner. Kann der sammeln. So. Gut. Noch eine Begründung. Dann. Hightech-Fabrik. So. Ach, da krieg ich wieder noch mehr Verstärkungstruppen. Haha. Sehr schön. Wo denn? Ich steh nicht. Wo? Ne, reparier mal. So, einfach alles mal reparieren jetzt hier. Die ganzen Überreste von gerade, also, boah, also die Szene, die war echt, wow. Schwierig. Aber wir haben's am Ende geschafft. Hahaha. Das ist so geil, Freunde. Das ist so geil. Oh. Shit. Wir sind bereit. Ja, dann. Noch eine Minute. Kommtektion bereit. Gut. Kann ich jetzt bauen? Neue Bauoptionen. Leider nicht. Schade. Ich kann sie nicht bauen. Ich krieg's sie nur durch die Verstärkung. Einheit verloren. Aber das ist ja kein Problem. Ähm. Ja. Habe ich jetzt hier noch einen irgendwo rumstehen? Oh ja. Hier zwei neue. Hehe. Sehr schön. So. Wie gesagt. Ich stell die gerne auf die Sammlerplätze. Damit die ein bisschen die Sammler ärgern. So. Haha. Schaut euch das an. Die Einheiten, Freunde. Diese Einheiten, Massen. Das ist doch einfach unfassbar. Oh. Okay. Ja gut. Ich mein. Wenn er die grad so schön hier hinstellt, dann warum nicht einfach mal nehmen, ne? Ach. Ich liebe die Viatoren, Freunde. Schieß mal drauf da. So. Haha. Dann macht ihr sich quasi gegenseitig kaputt. Sehr gut. So. Weg damit. So. Hähne ich jetzt hier die normalen Einheiten. So. Deviator. Kümmer dich mal um den Raketenpanzer. Schade. Okay. Egal. Dann. Uiuiui. Ah. Schieß den Raketenpanzer ab. Dann gehört er mir. So. Sehr schön. Hahaha. Sehr gut. Das ist so geil mit den Deviatoren. Schaut mal. Der gehört jetzt mir. Nein. 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 Gehört er nicht. Boah. Ja gut. Die halten natürlich nichts aus, ne? Selbst gegen Manneken. Da sehen die richtig scheiße aus. So. Mein Rechner arbeitet gerade ziemlich laut, aber das ist okay. Lieferung in fünf Minuten. Ich stehe wichtig. So. Dann hol dir mal die ganzen Panzer. Ah. Das ist jetzt ein bisschen Verschwendung. Einheit verlassen. Ja. Schade. Und wie ihr seht. Noch vier Minuten. Sobald der Deviator platt ist. Äh. Laufen die Einheiten noch wieder über. Das heißt. Ähm. Ja. So Freunde. Dann würde ich mal sagen. Jetzt kriegt der Gegner meine aufs Maul. Die Rache für gerade. Ja. Die Rache für gerade. Auch ohne Deviatoren mache ich mich platt. So. Ähm. Ha. Sehr schön. Seht ihr? Da ist der Sammler. So. Alles klar. Ich stelle die Deviatoren halt echt gerne auf die Sammlerplätze. Damit die halt für mich arbeiten. Oh. Ja egal. Das kann natürlich auch passieren, ne? So. Dann. Ja. So dann macht den mal kaputt da. So. Den Sammler auch am besten. Ihr killt euch wieder gegenseitig. Ne? Okay. Gut. So. Leute. Da kommen meine Einheiten. Batsch. So jetzt bin ich mal dran hier mit Abfangen. So. Ja die Mission die dauert jetzt doch ein bisschen länger als ich gedacht hab. Also. Ja. Ich dachte da wäre ich nach einer halben Stunde fertig. Aber nix ist. Weil denn nix ist. So. Hier der Sammler. Der arbeitet nach wie vor. Nur schade dass die manchmal aufhören zu arbeiten. Ne? Das ist ja das. Äh. Brauche ich hier wirklich? Repariert euch mal alle. Oh. Echt? Oh. Ja da. Äh. Ah. Ich krieg wieder hier. Keine Deviator. Sehr schön. Gut. Dann fahrt ihr mal wieder dahin. Richtig geil. Mit den Deviator. Ne. Jetzt hab ich sie endlich. Batsch. Ja sehr schön. Einheit reparniert. So. Dann würde ich mal sagen. Fahrt mal da rein. Macht die mal platt da. So. So. Zack. So schnell rippt man seine Kohle hier nämlich los. Fahrt ihr mal nach da oben. Und ja. Dann macht die mal die Silos hier platt. Batsch. 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 Sehr schön. So. Weißt du was? Ne. Einer kann hier hin. Für die Hakonensammler. Ja. Macht euch gegenseitig kaputt. Ist okay. Hier steht doch drauf, ne. Euch gegenseitig kaputt zu machen. Naja. Zwei auf einmal. Natürlich. Zwei auf einmal. So. 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 Hallo. Warum trifft der den nicht? Hahaha. Schaut mal hier. So. Dann schießt du mal da drauf. So. Was ist das denn? Ein Atreides? Ein Atreides-Sammler tatsächlich. Na gut. Na dann. Hol dir den mal. Ach. Jetzt schießt. So. So. Eine Minute. Da kommen wir in die nächsten Einheiten. Sehr gut, Freunde. Sehr gut. Oh. Schaut euch das an. Ja, ich brauche mal noch ein paar Türmchen hier. Wird man das schön verteidigen können, wenn der immer kommt. Oh, das ist langsam hier. Ah. Der will den abholen. Schieß schneller. So. Alles klar. Ja. Schieß. Sehr gut. Ha. Dankeschön. So. Dann hinten hinfahren. Unser Stützpunkt verdreht. Ja, ist gut jetzt. Quatsch. Sehr gut. Der Raketenpanzer hier. Ne. War da drauf. So. Dann die nächste Energie. Zack. So. Alles klar. Oh. Der ist schon weg hier. Okay. Sehr gut. Ne, dann stelle ich einfach mal da unten. Oh, sehr schön. Noch mehr einhandeln. Konstruktion bereit. Sehr wohl. Der, okay. Ich dachte schon, der macht wieder nix. Alles klar. Oh, düstere Mucke wieder. So. Dann würde ich mal sagen, überrolle ich den jetzt. Sie brauchen Silos. Oh, schon wieder. Krass. Nein, nein, nein. Pause. So, dann bauen wir ein paar Quatschen noch. So. Noch ein Flugzeug am besten. Der macht wieder... Ah, doch. Der arbeitet. Ich dachte, der arbeitet wieder nicht. Ah, ich kriege wieder welche, oder was? Weil die habe ich... Noch vier Minuten. Ja. Ich kriege wieder Verstärkung. Geil. Freunde. Geil. Richtig gut, ey. Ah, ich habe die schönen, äh... Ja, ja. Seht ihr? Ich habe die schönen, äh... Deviatoren jetzt. Das ist sehr gut, Freunde. Da sind neue. Geil. Ja, jetzt ist das easy peasy, Freunde. Jetzt ist das richtig easy. Dann stelle ich mal da hin. So. Macht richtig Spaß mit den Deviatoren, ja. Oh, die beiden kommen noch nicht mal mit. Okay. Kein Problem. Die haben keinen Bock. So, dann. Die klauen da nach wie vor die Sammler, das ist richtig gut. Einleiten. Das ist auch das, warum die Orders, glaube ich, hier... Was habe ich hier gebaut? Flugzeug, oder was? Ja, kann sein, ja. Das ist auch das, glaube ich, warum die Orders immer so viel Kohle haben. Oh, was ist das denn hier für einer? Der kann mal wieder hier da drauf schießen. So, dann. Muss ich mal sagen. Fahrt mal hier rein. Na, da ist sogar noch mein Raketenplatzer von letztem Angriff. Ja, der hat's überlebt. So. Jo, Freunde. Also der Hakon-Typ, der ist... ...erledigt. So, dann. Hier schön den Emiator aufstellen. Ui. Da kommen jetzt ein paar Einheiten raus, ja. Die sind verwirrt, seht ihr das? Die sind richtig verwirrt. So, dann schießen wir da drauf. Aber nicht während der Fährt. Ah, ja egal. Das passt. So, dann schießen wir da drauf. Äh, ja, komm. Der, der, der... ...funktioniert noch, okay. Warum auch immer der noch funktioniert, ja. Batsch. So, einfach rein da. Los. Haha, sehr schön. Ja, komm ruhig zu nah. Ich brauch schon wieder Silos, okay. Ja, gut. Dann. Nochmal zwei Flugzeuge und zwei Quarz. Und dann passt das. So. Ähm, ja. Direkt und tschüss, ja. Mach den Hakon-Typ mal platt. So. Ja, das werde ich in Zukunft machen. Also ich werde jetzt... Ich werde in Zukunft schön die Sammler alle klauen. Äh, mit den Deviatoren. Schön auf die Spice-Felder setzen, wo der Gegner sammelt. Dass ich dann immer schön die Sammler kriege. So wie hier jetzt. Hier steht einer, hier steht einer, hier steht einer, hier steht einer. So ist der Geldfluss nie unterbrochen, Freunde. Und das ist nochmal sehr gut. Jetzt habe ich endlich mal die Scheiß-Einheiten. Die hinterhältigen. So. So läuft das doch schon besser. Oh, was ist der denn? Ah, der hat versucht, einen Sammler abzuholen. Ja, okay. Soll er versuchen. Dann schieß mal da drauf. So. Bis der Hakon-Typ gleich platt. Und der Atreides-Typ, der hat auch nicht so eine große Basis. Ja, ist ja gut. Reicht jetzt mal langsam, ne? Mit Einheit verloren. Das sind wieder neue. Sehr schön. Gut. Dann. Die beiden. Äh, wo soll ich die noch hin? Ja. Der braucht Hilfe. Der braucht Hilfe. Oder? Ja. Nicht auf die Manneken. Hier. So. Ach du Scheiße. Diese Manneken, ey. Einheit verloren. Ja, wenn er natürlich dann angegriffen kommt, ne? Dann ist scheiße. So. Dann fahr da drauf. Fahr auf die scheiß Manneken da. So. So. Du schießt nicht auf die Manneken. Verdammt. Fahr mal da drauf, dann. So. Sehr schön. Da hab ich jetzt wieder zwei Einheiten. Dann kann ich mal ein bisschen abfacken, ne? So. Dann geht ihr mal hier herkunden. So, dann. So. 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 Ich brauch nämlich schon wieder Silos. Und hier stehen zwei. Ja, ich werd das sogar so machen. Ich werd überall zwei hinstellen. So, dann. Ja, toll. Egal, waren eh nicht meine. Also von daher. Schaut euch das an. Die Einheiten, die sind jetzt echt ordentlich, die schicken. Also das ist echt wunderbar. Ha. Genau deswegen. Da hat er einen Atreides-Sammler und der gehört jetzt gleich mir. So. Siehste? Schaut euch das an. Das ist doch mal richtig geil, oder? Hier oben steht auch einer. Sehr gut. Das mach ich so, ja. Weil die mir zum Angriff zu nehmen, die Deviatoren, das bringt nicht viel, weil die Einheiten halt irgendwann wieder die Seite wechseln. Deswegen mach ich das lieber, ähm, gegen die Sammler, ja. Das ist doch wahr. Zum Geldfluss halt, ne. So, dann ist der jetzt kaputt. Ich brauch schon wieder Silos, alter Schwede. Wir stehen überall meine Deviatoren rum. Das ist so geil. So. Mehr hab ich ja jetzt hier nicht. So. So. Alles klar, hier geht jetzt die Schlacht ab. Aber das lass ich nicht zu, Freunde. Dann macht ihn direkt mal ganz gut da, den Schausturm. So, dann. Ach, sehr gut. So, hat der Schallpanzer, der Atreides-Typ? Bin ich jetzt mal gespannt. So. Oh, das reicht nicht mit dem Angriff. Das reicht nicht. Ja, dann mach mal hier, äh, Wachdienst. Ich hab ja hier noch einen neuen Trupp. Alles verstärkt. So, dann, äh, ja, was macht ihr denn da? Verdammt. So. So, dann, schieß noch einmal, dann ist wenigstens der Quad da im Arsch. So. Ach, schade. Okay. Da kommen die Nächsten. Die Deviatoren schießen hier immer schön die Sammler ab. Das ist gut, Freunde. So. Alter, wie faul kann man sein, wirklich. Sie brauchen sieenlos. Doch, schon wieder sieenlos. Ja, ich kann da nichts machen, Mensch. So, egal. So, dann geht's mal weiter hier. Die machen keinen Schaden, ne? Ah, doch. Schieß mal da drauf, da, komm. So. So, dann. Auf den Turm da. So. Und tschüss. So, ich glaub, das soll's jetzt gewesen sein, hä? So. Genau. Doppelsound ist immer gut. Hört sich immer geiler. So. So. Gut, dann haben wir das. Sehr schön, Freunde. So. Schön überall die Deviatoren hier verteilt. Sehr gut. Dann machen wir das Ding da kaputt. Batsch. Sehr gut. So. Dann ist der kaputt. Das hier im Arsch. Die behorren nicht mehr die Energie. Wozu auch? Der ist eh kaputt. So. Batsch. Sehr schön. Ja, Freunde. Wie gesagt, so kann das gehen mit den Mordes. Sobald wir die Deviatoren haben, ist er eigentlich gewonnen. Weil ich stelle die einfach überall auf die Spice-Felder. Und dann hat sich die Geschichte. Gefährlich ist halt, wenn die Flugzeuge in die gegnerische Basis fliegen. Dann ist es kacke. Weil die werden dann abgeschossen. Das ist nicht schön. Weil die Türme irgendwie immer noch funktionieren. Keine Ahnung warum. So. Batsch. Die funktionieren immer noch. Noch vier Minuten. Die scheiß Wüsten-Truppe war da im Arsch. Was für ein Sammler. Oh, was. Der Kon-Typ hat nichts mehr. Oh. Da ist noch ein Arketenpanzer. Dann zieh die mal hoch hier. Wo kommt der denn her? Na, seht ihr was? Da hat der Sammler wieder geklaut. Sehr schön. Wie lange funktionieren die scheiß Türme? Verdammt nochmal, ey. Mach die scheiß Energie weg. Und die Türme endlich mal aufhören zu ballern. So, jetzt. Jetzt hat er keine Chance mehr. Jetzt ist es gewonnen. Jetzt sind die ganzen Männchen noch überfahren. Und die Türme im Arsch machen. Ja, Freunde. Das war's. War eine richtig knackige Mission noch am Ende. Ich dachte am Anfang so, ja, halbe Stunde überleben. Easy, aber ist nicht. Warte mal, der baut wieder irgendeine Scheiße da oben. Mach das mal weg. Was für Einheit verloren? Wo denn? Ach, die fucking Mannequin da, ja. Diese scheiß Mannequin da. Ah! Der verkauft alles. Geil, Freunde. Der verkauft alles. Ich weiß nicht genau, wann die alles verkaufen. Aber, ja, mach mal Wachdienst. So. Alles klar, dann. Muss ich mal sagen. Jo, fahr da mal drauf. Auf den scheiß Wüstentruppen. Ah! Verdammt nochmal. Verdammt. Egal. So, dann schießt er drauf. So. Letztes Gebäude von dem Typ. Ja. Passt. So. Der Deviator kann auch das Mannequin da plattfahren. Wenn er es denn schafft. Ja, sehr gut. Wir sind bereit. Okay. Batz. So. Dann einfach runterfahren. Einheit verloben. Oh, die Mannequin, ey. So. Batz. Einheit verloben. So. War es das? Warte mal. Spiel speichern. Mission 6. Spiel gespeichert. Moment. Das ist... Sie brauchen Sie los. Atreides wurden ausgelöscht, Freunde. Irgendwo hat der... Oh. Schau dir das mal an. Irgendwo hat der Hakon-Typ hier noch was. Moment. Ich guck mal auf die Karte. Ob da irgendwo noch... Ein Überrest ist. Es könnte ein Sammler sein. Weil hier unten sehe ich definitiv nichts mehr, ne? Nö. Dann fahr mal hier in die Mitte der Karte. Äh. Bin ich jetzt echt... Ah. Der Wurm. Naja, gut. Bin ich jetzt echt überfragt bei dem Hakon-Typ? Was es da jetzt noch gibt von dem? Ah. Stopp. Stopp. Alles zurück. Der Deviator klaut sich jetzt den Sammler da. Ich glaub, wenn der Sammler die letzte Einheit ist, dann gehört die auch komplett uns. Also dann... Spiel speichern, Freunde. Und dann haben wir die sechste Mission auch geschafft. Sehr schön. Und das war's, oder? Yes. Ja. Das war's. Sehr schön. Das war doch mal geil. Erste Mission mit Deviatoren. Richtig gut, Freunde. Richtig gut. Alles klar. So, wir sind jetzt Staffelführer. Sehr, sehr gut. Okay. Die Ordos eroberten noch mehr Atreides-Gebiete. Boah. Dreiviertel des Planeten sind einfach mal so grün. Richtig krass. Und hier noch ein Hakon-Gebiet, aber das ist egal. Ja, Freunde. Wie gesagt, also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn's zwischendurch mal ein bisschen schwierig wurde mit dem Spielstand. Aber am Ende haben wir uns doch noch irgendwie mit Glück aus der Affäre gezogen. Und, ja. Würde ich mal sagen, Freunde. Bedanke ich mich bei allen, die zugeschaut haben. Und wem's gefallen hat, der lässt doch einfach ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und, ja. Würde ich sagen, schneide ich das jetzt zusammen. Und dann würde ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, ne. Tschö, tschö.